Auch die dritte Liga geht in die Saison 24-25 und dementsprechend bedarf es natürlich auch dort meiner Prognose, welches Team ich am Ende auf welchem Tabellenplatz sehe und ich würde sagen, wir starten direkt wie gewohnt von unten nach oben. Da geht es auch direkt los mit einer zweiten Mannschaft, die aufgestiegen ist und es ist nicht der VfB, es ist Hannover 96. Der Aufsteiger aus der Regionalliga Nord tut sich ja grundsätzlich eher schwer in der dritten Liga. Bei Hannover sehe ich zwar grundsätzlich das Potenzial im Kader, vielleicht die Klasse zu halten, aber da wird auch der volle Fokus sein, die erste Mannschaft bestmöglich zu verstärken, um dort aufzusteigen. Daher sehe ich ehrlich gesagt keine Chancen, dass sie in der dritten Liga verbleiben, zumal die erste Mannschaft derzeit ja auch nur eine Liga höher spielt. Auf Platz 19 kommt bei mir dann tatsächlich schon die Spielvereinigung Unterhaching. Mark Unterberger hat sie in seiner ersten Saison als Cheftrainer souverän in der Liga gehalten. Jetzt könnte das aber deutlich schwieriger werden, da sie einige Leistungsträger der letztjährigen Mannschaft verlassen haben mit Vollert, Hopsch, Fetsch, Grattenmacher und Keller. Auffangen müssen dies vor allem Talente aus der eigenen Jugend, so ist zum Beispiel U17-Weltmeister Heide die neue Nummer 1. Ich finde das zwar eine gute, in dem Fall aber zu riskante Herangehensweise. Einen Platz höher folgt der SC Verl. Nach der starken Hinrunde war die Rückrunde letzte Saison schon deutlich schwächer, nachdem sie Batista Maier verlassen hatte. Mit Alexander Ende haben sie durchaus einen kompetenten Trainer, allerdings mussten sie bezüglich der Kaderqualität weiter kräftig einbüßen, was auch die Neuzugänge unter anderem viele Laien von Bundesliga-Talenten nicht abdecken können. Petro, Unbehauen und Ochoski werden enorm fehlen und daher sehe ich Ferl im Abstiegskampf. Und auf Platz 17, der ja auch noch ein Abstiegsplatz ist, kommt bei mir die nächste Zweitvertretung und zwar Borussia Dortmund. Diese zweiten Mannschaften sind meist sehr schwer einzuschätzen, weil man nie weiß, wer wo spielt in der ersten oder der zweiten Mannschaft oder da nur auf der Bank sitzt. Dortmund hat die grundsätzliche Qualität, die Klasse wie in den Vorjahren zu halten. Allerdings haben sie auch ein paar wichtige Spieler wie Papadopoulos, Bamba und Michel verloren. Daher tippe ich sie jetzt einfach mal auf Platz 17 und somit als Absteiger. Wobei ich mir eigentlich bei fast allen Teams vorstellen kann, dass sie in der Liga bleiben, außer bei Hannover 2, aber für irgendjemanden musste ich mich ja entscheiden. Auf Platz 16 kommt dann ein weiterer Aufsteiger mit Energie Cottbus. Im Jahr zuvor sind sie noch in der Qualifikation gegen Unterhaching am Aufstieg gescheitert, jetzt ist es ihnen gelungen. Mit Wollitz haben sie einen guten Trainer, der Kader sieht auf den ersten Blick qualitativ zwar schwach aus, aber das war auch letzte Saison bei Münster und Ulm der Fall und dann sind sie durchmarschiert. Das sehe ich bei Cottbus so jetzt nicht direkt, aber ich glaube sie werden die Klasse halten. Man konnte den Kader beisammen halten und Shigerji eine absolute Maschine aus der Regionalliga verpflichten. Platz 15 belegt laut meiner Prognose Viktoria Köln. Transfertechnisch musste man einiges an Abgängen verkraften, denn es ist nicht nur der zweitbeste Spieler der Vorsaison in der dritten Liga mit Marseiler gewechselt, sondern auch viele weitere Stammspieler wie Russo, Schulz, Lorch, Becker und Philipp. Die Neuzugänge um Güler, Frenetzi, Lobinger und Velasco sind auf den ersten Blick keine adäquaten Nachfolger, da sie aus schwächeren Saisons kommen, haben aber allesamt schon mal in früheren Saisons ihrer Karriere überzeugen können. Mit Olaf Janssen haben sie auch einen Trainer, der schon länger im Amt ist und dem ich dennoch zutraue, sie aus dem Abstiegskampf rauszuhalten. Davor sehe ich einen weiteren Aufsteiger mit Alemania Aachen. Man konnte den Aufstiegskader größtenteils zusammenhalten und mit der nicht vorhandenen Erfahrung auf Profiniveau verstärken durch die Neuzugänge Benchop, Putaro, Bahn oder Goden. Heiner Backhaus als Trainer wird sie zum souveränen Klassenerhalt führen, da wird denke ich nichts anbrennen und dann können sie erneut in der dritten Liga spielen. Und wir waren bei Aufsteigern, jetzt kommt tatsächlich schon der erste Absteiger mit WN Wiesbaden. Nach der katastrophalen Rückrunde und dem darauf folgenden Abstieg über die Relegation hat man trotzdem an Interimstrainer Nils Döring festgehalten und geht so den vereinsinternen Weg. Ich sehe sowohl ihn als Trainerpersonalie kritisch, als auch die Kaderpolitik. Da musste man quasi alle der wenigen guten Spieler aus der Vorsaison abgeben, mit Britagien und Häuser, denen ich beiden Erstliganiveau attestiere und die die Mannschaft letztes Jahr getragen haben. Und auch das Abwehrbollwerk um Matissen und Vukotic. Einen kompletten Absturz sehe ich jetzt aber nicht, da man sich mit interessanten Spielern verstärkt hat, die nach einer gewissen Eingewöhnungszeit helfen können. Dazu zählen Lukeneder, Götze Zirin, Hübner, Floto, Kreilinger, Johansson und vor allem Ivan Franjic, der in den letzten Jahren überragende Zahlen in der Regionalliga Südwest aufweisen konnte. Für viele ein Geheimfavorit auf den Aufstieg kommt bei mir auf Platz 12 tatsächlich schon 1860 München. Ich könnte hier das gleiche wie letztes Jahr sagen, man geht mit Janikis wieder mit seinem Retter aus der Vorsaison in die neue Saison und hat den Kader mit ordentlich Drittliga-Qualität verstärkt. Letztes Jahr hat man genau das gleiche gemacht, ich habe sie auf Platz 6 getippt und sie wurden 15. Nochmal lasse ich mich nicht blenden und tippe sie jetzt einfach auf Platz 12, auch wenn mich Neuzugänge wie Tunay Dennis zum Beispiel fast wieder zu mehr verleitet haben. Aber generell ist das gerade so ein Bereich, in dem die Teams extrem schwierig einzuschätzen sind, da machen wir auch gleich weiter auf Platz 11 mit dem SV Sandhausen. Letztes Jahr habe ich sie als Meister getippt und sie haben richtig enttäuscht auf Platz 8. Viel Besserung erwarte ich jetzt nicht. Man hat wieder viele Transfers getätigt mit Baumann, Lewald, Lorch und Chicora, aber vor allem Drittliga-Erfahrung und Niveau geholt, weshalb ich jetzt nicht sehe, warum sie plötzlich besser performen sollten. Auch trainertechnisch hat letzte Saison weder Jens Keller noch Danny Gallm funktioniert, also egal ob unerfahren oder erfahren. Mit Ristic hat man jetzt wenigstens jemanden mit Drittliga-Erfahrung, aber ich sehe sie trotzdem nur im Tabellenmittelfeld. Ebenfalls dort, beziehungsweise laut mir genau in der Mitte der Tabelle, befindet sich Waldhof Mannheim. Nach der turbulenten Vorsaison und dem von mir geahnten Abstiegskampf kann man nun eine ruhigere Saison erwarten. Mit Antwerpen hast du einen kompetenten Trainer, der etwas aufbauen kann. Die Neuzugänge geben ihnen nochmal neue Möglichkeiten mit Talhammer, Low Camper oder Jigit. So wird man sich wieder etwas festigen und weiter in der Liga etablieren. Auf Platz 9 folgt dann Erzgebirge Aue. Man hat unter dem Radar eine richtig gute Rückrunde gespielt, vor allem mit Stefaniak als Schlüsselspieler, seit dort Jeff wieder einmal Trainer ist. Mit Danhof, Chicora und Schwirten hat man jetzt aber auch Stammspieler abgegeben. Abgesehen von den Aufsteigern hat man den niedrigsten Gesamtmarktwert der Liga, trotzdem sehe ich sie im einstelligen Tabellenbereich. Einen Platz höher habe ich dann Arminia Bielefeld. Eigentlich sollte ich bei Bielefeld vorsichtiger sein, da ich sie die letzten Jahre immer zu positiv gesehen habe. Aber ich glaube mit Platz 8 bin ich da sogar fast noch, da sie viele sogar im Aufstiegsrennen sehen. Warum? Weil man jetzt einerseits mal an einem Trainer festhält mit Mitch Kniat und andererseits gute Transfers getätigt hat. Dazu zählen Russo, Becker, Kunze und Hiltermann als neuem Topstürmer aus der zweiten niederländischen Liga. Und ja, es fehlt tatsächlich noch ein Aufsteiger und eine Zweitvertretung und zwar die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Ich meine, ich sage es Jahr für Jahr, der Aufstieger aus der Regionalliga Südwest ist extrem stark und landete in den letzten Jahren immer mindestens in der Top 11 in seiner ersten Saison in der dritten Liga. Und beim VfB sehe ich auch eine starke Saison mit vielen ganz großen Talenten. Je nachdem wird auch mal ein Profi aus dem mittlerweile großen Champions-Sea-Kader mitspielen, wenn der keinen Platz im Kader hat oder halt von einer Verletzung zurückkommt und generell sehe ich sie da gut aufgestellt. Auch der Trainer ist mit Maikus Fiedler genauso talentiert wie Spieler wie zum Beispiel Simon, Raimund, Di Benedetto oder Castanaras. Auf Platz 6 landet laut meiner Prognose Rot-Weiß Essen. An der Stelle muss ich mich nochmal für den Dabrowski-Hate von letztem Jahr entschuldigen, der mich eines Besseren belehrt hat und jetzt deutlich besser eingeschätzt wird. Ich erwarte von ihnen eine ähnliche Saison wie letztes Jahr. Man hat Schapina und Götze abgegeben, dafür aber auch interessante Neuzugänge getätigt mit Arslan oder Thäse. Ich erwarte daher, dass man sich weiter in der Liga und in der oberen Tabellenhälfte etabliert. Auf Platz 5, so langsam kommen wir in Richtung der Aufstiegsplätze, kommt ein weiterer Absteiger mit Hansa Rostock. Nach dem bitteren Abstieg hat man einen großen Umbruch zu bewältigen. Viele Spieler sind weg, neu sind Pfanne, Lebo, Schuster, Opow und Gürleien. Mit den Resten des Zweitliga-Kaders hat man durchaus Qualität, die Frage ist, ob man diese auf den Platz bringt. Als Trainer wurde dafür Bernd Hollerbach eingestellt, bei dem ich ziemlich zwiegespalten bin. Letztendlich sehe ich aber dennoch ein paar Teams über Hansa und zu denen kommen wir jetzt. Laut meiner Prognose steigt keiner der Absteiger wieder auf, denn auf Platz 4 landet der VfL Osnabrück. Der Abstieg stand mehr oder weniger schon lange fest, auch wenn man in der Rückrunde nochmal besser punktete. Am letztendlichen Abstiegstrainer Kojinat hat man festgehalten. Für Abstiegskampf halte ich ihn in Ordnung, ob er eine nachhaltige Spielidee für eine Top-Mannschaft der Liga entwickeln kann, weiß ich jetzt nicht. Die nötigen Spieler dazu hätte er trotz den Abgängen von Conte und Kleinhansl für Drittliga-Niveau schon. Die Neuzugänge überzeugen mich bis auf Moulay aus der Schweiz nicht wirklich. Insgesamt wird man im Dunstkreis der Aufstiegsplätze sein, aber meiner Ansicht nach nicht in die zweite Liga direkt zurückkehren können. Auf Platz 3 und damit gleichbedeutend mit der Relegation landet laut mir Ingolstadt. Ich bin großer Fan von der Entscheidung Sabrina Wittmann Cheftrainerin zu machen. Nicht nur weil sie eine Frau ist, sondern auch noch extrem jung und talentiert ist. Sie kennt sämtliche Jugendspieler des Vereins und vielleicht kann man da mal einen anderen Weg einschlagen und nicht mehr wie zuletzt alte und teure Zweitligaspieler verpflichten, was nicht so wirklich funktioniert hat. Mit Mause hat sie der Topscorer der Liga verlassen, der aber in der starken Endphase, in der Wittmann Interimstrainerin war, gar nicht mehr gespielt hat. Ansonsten gab es wenig Änderungen am Kader und vielleicht kann man endlich mal Konstanz reinbringen und eventuell über die Relegation dann aufsteigen. Zwei Teams bleiben noch übrig, die jeweils direkt aufsteigen werden und auf Platz 2 sehe ich Dynamo Dresden. Mit Thomas Stamm, zu dem ich schon eine gesonderte Analyse hochgeladen habe, startet man einen Neustart. Ihm traue ich Großes zu, wenn er die nötige Zeit bekommt, etwas zu entwickeln. Er kennt die Liga und wurde schon einmal Vizemeister und das sogar mit einer Zweitvertretung mit Freiburg damals. Auch kadertechnisch gab es einen großen Wandel. Will, Hermann, Ehlers, Mayer, Schäffler und Lewald sind unter anderem gegangen. Neue Nummer 1 ist Tim Schreiber, aber auch die neuen Feldspieler machen alle durchaus Sinn mit Schapina, Kassar, Dafferna, Heise oder Böder. Die Vorbereitung war zwar durchwachsen, aber die richtigen Ansätze des Stammfußballs konnte man schon erkennen. Über die lange Distanz der Saison wird man sich immer mehr steigern und letztendlich aufsteigen. Somit fehlt noch der Meister, zumindest laut meiner Prognose und das ist tatsächlich der 1. FC Saarbrücken. Was nach der krassen Pokalsaison letztes Jahr so ein wenig unterging, war die starke Rückrunde. Am Ende ist man aber wieder mal knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt, jetzt sehe ich sie aber so weit. Zwar sind wieder einmal wichtige Stützen von Bord gegangen mit Kerber, Böder, DiMichel Sanchez oder Kapitän Gauss. Dafür hat man sich gut verstärkt mit Menzel fürs Tor, Vassiliadis, Schumacher, Sonnenberg, Muldhaub, Fahner und auch Kran. Ich bin sehr gespannt, ob sie dieser Rolle als einer der Aufstiegsfavoriten gerecht werden können, traue es ihnen aber definitiv zu. Das war sie also, meine Prediction zur Drittliga-Saison 24-25. Aber jetzt würde mich vor allem noch eure Prognose interessieren. Welche Teams seht ihr vorne, welche eher hinten? Was seht ihr ähnlich oder ganz anders wie ich? Schreibt mir gerne auch mal eure ganze Tabelle, wie ihr sie erwartet, in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!